Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, September ist rum, wir haben jetzt den offiziellen Uptober erreicht, das heißt es kann jetzt nur noch Richtung Moon nach oben gehen. Wir werden Preise von 100.000, 120.000 Dollar und noch viel mehr sehen, was ich nicht alles gehört habe. Ja, ich bezweifle das gerade ein bisschen. Wieso, weshalb, warum, werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Ihr seht es vielleicht hier schon, ich habe den Monatschart mal aufgemacht, da werden wir jetzt gleich mal ein bisschen näher drauf eingehen. Wir werden natürlich auch auf Ethereum und auf die anderen Sachen eingehen, die wir uns sonst immer so ein bisschen genauer angucken. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und bevor wir starten, lasst das Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung, außerdem gibt es gerade bei Tradingview 70% Rabatt. Wer das abchecken will, gerne mal über den Link unten registrieren, beziehungsweise wer es schon hat, kann da einfach sein Abo verlängern. Und ansonsten gerne auch bei BingX anmelden, dort kriegt ihr wie immer ordentlich Boni. Ihr könnt alles traden, was wir hier besprechen, beziehungsweise auch Spot kaufen. Deswegen unbedingt unten mit dem Link in der Videobeschreibung anmelden. So, jetzt aber rein in die Analyse. So, also 63.650 US-Dollar traden wir momentan. Ich bin hier auf dem Bybit-Chart, weil da mir der Monatschart ein bisschen besser gefällt. Und zwar haben wir den vergangenen Monat bei 63.200 US-Dollar abgeschlossen. Ich habe gestern im Video gesagt, die 64.600, 64.700, das ist eigentlich das Maß, was wir erreichen sollten, um auf Manflies Sicht wirklich einen Breakout nach oben hin zu kriegen. Das haben wir nicht bekommen. Das heißt, schlussendlich befinden wir uns weiterhin in einem Downtrend. Wir haben kein höheres Hoch erreicht, beziehungsweise nicht mehr das letzte Monatshoch nach oben hin durchbrechen können. Wir haben weiterhin sinkendes Handelsvolumen, was jetzt auch nicht wirklich bullisch ist. Und das trotz, ja, langen, doch, dem wir diesen Monat doch hier hatten, also das Volumen weiterhin deutlich am Absinken, gefällt mir auch nicht wirklich. Was dazu führt, dass wir nicht unbedingt davon ausgehen sollten, dass dieser Oktober extrem bullisch werden sollte. Gestern gingen aber wieder News rum, dass die Fed möglicherweise nochmal um 0,5% Zinsen senken könnte im November. Das habe ich ja auch schon mal angesprochen, dass das eigentlich so der nächste bullische Step wäre. Dann wären wir so bei 4,5% und dann möglicherweise im Dezember nochmal bei 4%. Dann sieht die ganze Lage schon mal ein bisschen anders aus und dann muss aber auch wieder mehr Geld gedruckt werden. Das sind so die zwei Faktoren. Sinkende Zinsen plus mehr Geld gedruckt, um den Markt bullisch zu machen. So, gehen wir mal in die kleineren Timeframes. Hier ist immer noch so ein bisschen das Setup von gestern, wo ich angesprochen habe. Das würde mir trotzdem immer noch am besten gefallen in Richtung 68, 69, 70.000 US-Dollar. Wir haben jetzt auch neue Monats-Pivots, das ist natürlich auch ganz wichtig. Der neue Monats-Pivot R1 liegt nämlich hier oben jetzt bei 69.000 US-Dollar. Das würde sehr, sehr gut passen. Das heißt, wir schieben jetzt auch hier erstmal unseren Trade möglicherweise erstmal ein bisschen nach oben. Wir haben, wie gesagt, auch hier Monats-Close war nicht wirklich bullisch. RSI hat abgekühlt. Die ganzen Divergenzen jetzt auf dem 4-Stunden-Timeframe erst einmal aufgelöst. Also es spricht jetzt erst einmal ein bisschen zumindest kurzfristig was dafür, dass wir eine kleine Recovery nach oben hin jetzt erst einmal sehen zu Beginn des Monats, um einfach dieses Momentum, was überall momentan ist, dieses bullische Momentum wegen Zinssenkung, wegen grünen Oktober etc. pp., dass wir das jetzt erst einmal mitnehmen und von hier aus dann möglicherweise auch unsere Korrektur dann in den Oktober reinbekommen. Ich bin, und ich habe es gestern schon im Video dazu gesagt, ich bin noch nicht glänzlich überzeugt, dass wir hier noch ohne Korrektur rumkommen. Wir haben zwar auf dem 4-Stunden-Timeframe, wie gesagt, hier ein minimal höheres Hoch hier inzwischen hoch bekommen, aber wie gesagt, Manfli-Chart ist mir dann deutlich wichtiger. Auch Weekly-Timeframe haben wir es zwar geschafft, Manfli ist aber halt nochmal eine Etage höher und das spricht einfach nochmal dafür, dass wir nochmal eine kleine Korrektur sehen könnten, kleinere oder größere Korrektur. Und wir haben wie gesagt unseren Downtrend auch noch nicht nach oben hin durchbrochen. Also es ist noch nicht alles Gold, was glänzt, beziehungsweise es ist noch nicht alles mega bullisch. Man sollte sich trotzdem immer noch ein bisschen zurückhalten und gegebenenfalls auch nochmal auf einen Short-Trade hoffen. Das ist zum Beispiel meine Einstellung. Wie gesagt, ich habe es gestern im Video dazu gesagt, hier oben wäre für mich so ein perfekter Short-Entry. Nochmal alle Shorts nach oben hin killen und dann nochmal eine größere Korrektur hinlegen. Gehen wir rüber zu Ethereum. Was hat sich da getan? Anrein gar nichts. Auch hier die 4 Stunden Bearish Divergence mittlerweile ein bisschen aufgelöst. RSI-mäßig auch nach unten hingefallen. Also auch hier sind wir aber immer noch in einem soliden Aufwärtstrend, wenn wir uns das mal ganz kurz angucken. Kein tieferes Tiefgebilde. Also es sieht auch alles noch relativ gut aus. Auch hier muss man dazu sagen, nächste Liquiditätswelle würde dann hier oben bei 2836 US-Dollar liegen. Passt auch sehr, sehr gut hier mit unserer Ineffizienz hier oben. Dort liegt jetzt auch der Pivot. Also auch hier bleibe ich jetzt erstmal dabei. Die Erholung zum Monatsbeginn ist hier sehr, sehr wahrscheinlich in den Oktober und dann möglicherweise hier wirklich eine größere Korrektur nochmal in sogar 2000 US-Dollar-Gefilde. Also es soll hier echt kein Panikgemacher oder Sonstige sein. Ich versuche hier einfach nur nochmal mögliche Liquiditätspunkte nach unten hin einfach aufzugreifen, die möglich sind. Das kann sich in den nächsten Wochen ändern, wenn plötzlich irgendwie Moneyprinter komplett angeschmissen werden, weil irgendwelche Banken etc. wieder pleite gehen oder sonst was. Wer weiß das schon, vor allem nach den Wahlen, die aber erst im November sind. Deswegen abtober vorsichtig hier noch ein bisschen sein. Ja, ansonsten Gold-Trade-technisch. Wir haben unsere Korrektur bekommen, nachdem unser Trade hier erstmal ausgestoppt wurde. Habe ich ja gestern schon dazu erwähnt, um 1, 2 Dollar. Ich halte mich hier jetzt auch erstmal noch ein bisschen zurück. Die 2,7 sind jetzt momentan sogar ein bisschen eher wahrscheinlicher, anstatt jetzt hier nochmal einen riesen Dump in Richtung 2.500 US-Dollar zu bekommen. Also auch hier gehe ich erstmal davon aus, dass wir ein bisschen bullischer in den Monat starten beziehungsweise hier unseren Pump nochmal hochkriegen auf Richtung 2.722 US-Dollar. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt und dann möglicherweise nochmal ein kleiner Crash nach unten. Beim Euro gegenüber US-Dollar bleibe ich jetzt auch erstmal dabei, auch wenn sich der Pivot hier minimal nach unten hin korrigiert hat. Gestern war er noch bei 1.124, diesen Monat bei 1.123. Ich bleibe dabei, hier oben, das ist unsere Shortbox zwischen 1.123 bis 1.127, 1.128. Das ist unsere Shortbox für den Monat mit einem Stop-Loss bei 1,13 Dollar. Da bleibe ich dabei, das ist die Shortposition, die ich haben will. Die Longposition sollte ja noch laufen bei euch. Ansonsten gibt es hier auch momentan wenig, weil wir sehr wenig Kursbewegungen haben in beide Richtungen. Wenn, dann eher nach oben hin, aber auch sehr, sehr viel Seitwärtsphase, auf die es natürlich auch ein bisschen zu achten gilt. Ansonsten, was wollen wir noch? Ah ja, DAX, bevor ich es vergesse. DAX weiterhin am Pumpen. Hier haben wir ja gestern schon darüber gesprochen, würde ich gerne halt noch ein kleines Doppeltop haben. Das heißt, auch hier drauf hoffen, dass wir noch mal ein bisschen höher gehen. Wir haben hier komischerweise noch nicht die Pivot-Punkte für diesen Monat. Müssen wir jetzt noch mal abwarten. Die nächsten Stunden wahrscheinlich, weil noch kein Opening ist hier. Die werde ich euch dann aber morgen nachreichen. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das dann irgendwo hier in diesem Rahmen hier wieder sein wird, beziehungsweise ein bisschen höher. Also auch hier die 19-7 möglicherweise und dann Doppeltop nach unten hin brechen. Heißt für uns, erst noch mal noch ein bisschen abwarten. Abwarten, was jetzt, sag ich mal, die ersten Tage im Oktober bringen. Und dann schauen wir mal weiter. Ich habe gestern schon euch gefragt, was so eure Altköln-Wünsche sind. Könnt ihr auch gerne weiterhin reinschreiben. Manche Leute haben es übertrieben. Grüße gehen raus an dich, Mr. Man. Du weißt Bescheid. Nicht Spaß. Werde ich nach und nach jetzt einfach mal wieder ein paar Videos machen. Mit der Bitte, auch hier vorsichtig zu agieren. Also ich mache euch gerne Altköln-Videos, aber bitte nicht übertrieben dann in Altcoins nachkaufen oder sonst was. Ihr wisst, ich bin da immer gerne ein Fan von Korrekturlevel-Anzeigen etc. So werden wir das auch weiterhin zukünftig machen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Start in den Tag. Lasst es euch gut gehen. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe join. Und wir hören uns auf jeden Fall entweder später nochmal zu einem kleinen Altcoin-Video. Oder dann, wie gesagt, morgen. Wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.